Tag schön und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir, wie ihr es euch in den Kommentaren gewünscht habt, einen Pferdestall bauen. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Der Grundriss des Gebäudes ist 7x9 Blöcke. Und wie immer beginnen wir, indem wir die Grundpfeiler setzen. Und ihr seht ja, wie ich hier die schon vorbereitet habe. An den zwei langen Seiten jeweils alle drei Blöcke. Und dann jeweils vier Blöcke hoch. Am Ende verbinden wir das Ganze noch einmal am obersten Block. Wenn das bei euch dann also in etwa so aussieht, können wir uns auch schon ans Dach machen. Und wir bauen als erstes den Umriss aus Schwarzeichenholz. Dafür gehen wir hier an ein dieser Blöcke an den Seiten. Setzen da eine Treppe verkehrt rum ran, eine richtig rum ran. Einen Block oben drauf, eine Treppe drauf, noch eine verkehrt rum drauf. Auf wieder eine richtig rum, dann noch eine verkehrt rum. Und das mit einer Stufe abschließen. Und auf der anderen Seite noch einmal ganz genauso. Dann entsteht hier oben diese kleine Lücke. Und da setzen wir nochmal zwei Stufen, beziehungsweise einen ganzen Block rein. Wenn ihr das dann auf beiden Seiten gemacht habt, könnt ihr hier auf Höhe dieser Querbalken noch eine Reihe Stufen auf beiden Seiten entlang ziehen. Dann nehmen wir uns Pichtenholz-Sorten und ziehen damit einfach nur noch einmal alle, die, die wir hier an der Seite schon mit Schwarzeichenholz gebaut haben, noch einmal nach. An der Vorderseite werden wir jetzt jeweils an dem linken und rechten Außenstamm eine Reihe Coverstone daneben setzen. Und alle anderen Seiten könnt ihr komplett schließen. Danach gehen wir an eine dieser Seiten, an der ihr beginnen wollt, macht solche Stufen rein, Faltion in der Mitte und damit haben wir die ersten zwei Fenster. Und genau das noch einmal auf der gegenüberliegenden Seite. Dann gehen wir an die Hinterseite, löschen jeweils die drei mittleren Blöcke raus und ersetzen sie durch Zaun. Hier an die beiden Vorderseiten kommen jeweils einfach zwei Tore in die Mitte. Dann brauchen wir noch ein wenig Fichtenholz und schließen damit die Dachgiebel. Auf einer der beiden Seiten könnt ihr die drei Blöcke hier in der Mitte auch wieder rausnehmen und durch so ein Fenster ersetzen. Und auf der anderen setzen wir stattdessen eine Tür ein. Hier oben ran kommt ein Zauntor, ein Zaun dagegen, zwei Ketten unten ran und ganz unten nochmal ein Zaun. Dann noch eine Stufe als Überstand und schon habt ihr hier einen kleinen Aufzug. Innen rein kommt jetzt noch ein Boden, den würde ich an eurer Stelle auf Höhe der Türe machen. Und jetzt fehlt nur noch die Inneneinrichtung. Und wir beginnen damit, dass wir den Boden an verschiedenen Stellen austauschen. Ich würde euch dazu empfehlen, das vor allem mit Potsoul, ein wenig Trampelpfad und auch solchen Heuballen zu machen. Das werde ich jetzt auch erstmal tun. Dann gehen wir hier in die Mitte, ziehen einen Zaun rein. Und wer möchte, kann aber auch noch an einer Stelle ein Zauntor setzen. Dann könnt ihr euch noch eine Ecke aussuchen, die eine Leiter soll. Das ist eigentlich egal. Nur, ihr müsst dann halt immer, wenn ihr da hochwollt, einmal durchs Tiergehege. Aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Dann könnt ihr euch auch noch eine Stelle aussuchen, wo ihr gerne eine Wasserquelle haben würdet. Also einen Wassertrog. Oh, so funktioniert das anscheinend nicht. Da brauchen wir noch Schilder. Aber damit können wir das ja dann auch ganz einfach schließen. Und auch an den anderen Seiten des Gebäudes würde ich euch auf jeden Fall dazu raten, hier und da vielleicht noch ein paar Strohballen oder Fässer zu platzieren, auch mal eine Laterne drauf. Und mit Laterne sind wir auch schon beim nächsten Schritt, denn wir werden jetzt das Gebäude noch ein wenig beleuchten. Und ich finde, Laternen sind da immer eine sehr schöne Möglichkeit, die ich auch hier auf jeden Fall nutzen werde. Nachdem ich das Ganze jetzt noch ein wenig in seine Umgebung eingebunden habe, denke ich, ist der Pferdestall nun fertig. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Bis dahin, macht's aber erstmal gut. Ciao.